Ja, wir haben gerade deshalb eine Pause, weil es ist heiß draußen und es wird gerade Eis gereicht. Möchtest du ein Eis? Ich hätte gerne Eis, glaube ich, ja. Möchtest du gerne? Ich habe unterschiedliche Sorten. Vanille, Schoko und Panna Cotta Erdbeere. Panna Cotta Erdbeere nehme ich. Wir fangen an. Mein Name ist Martin Dulig und das ist der Nachdenken über Podcast. Ja, mein Name ist Martin Dulig und ich freue mich, zu meinem neuen Podcast Nachdenken über heute einen besonderen Gast zu haben. Lukas Rietzel, den Schriftsteller, der mit der Faust in die Welt schlagen einen Debütroman hingelegt hat, der sofort eben auch große Anerkennung bekommen hat, ausgezeichnet wurde und wahrscheinlich sehr treffend eine Situation beschrieben hat, wo viele Leute gerade außerhalb von Sachsen uns immer fragen, wenn die hören, woher man dann kommt, was ist denn bei euch los? Und dann muss man immer erklären. Gut, wir haben jetzt hier eine Podcast-Reihe, wo wir einfach mal über bestimmte Dinge nachdenken wollen, weil in diesen hektischen und hysterischen Zeiten ist man immer schnell dabei, reflexartig zu antworten und zu reagieren oder, das weiß ich auch als Politiker, so in diesem kleinen Kleinen der Regierungspolitik zu bleiben oder nur in Legislaturperioden zu denken und zu handeln. Aber es sind einfach mal ein paar Themen, wo man grundsätzlich mal reden und diskutieren sollte. Gerade wenn es um Ostdeutschland geht, habe ich den Eindruck, dass man sehr häufig immer nur Ostdeutschland aus der Retro-Perspektive schaut, was war in der Wende- oder Nachwendezeit, was ist falsch gelaufen. Aber über Zukunft und Ostdeutschland zu reden, das wurde zu wenig gemacht. Und ich glaube, es ist Zeit, das zu tun. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute eben einen spannenden Gast haben, mit dem ich gerne über das Thema Stadt-Land-Flucht reden möchte. Die Städte scheinen ja so ein bisschen die Heilsbringer zu sein, Dörfer und kleine Städte scheinen Auslaufmodelle zu sein. Das sieht man ja auch in Sachsen, Dresden und Leipzig boomt, wie keine andere Kommune in Deutschland. Die Einwohnerzahlen stiegen. Leipzig ist dabei, jetzt die 600.000-Einwohner-Grenze zu knacken. Auf der anderen Seite haben wir schrumpfende Regionen. Und schrumpfend heißt ja nicht nur in der Einwohnerzahl, sondern oft eben auch dieses Gefühl oder auch die Tatsache, abgehängt zu sein. Und das sieht man dann auch manchmal an Wahlergebnissen. Vor kurzem hat er ja in einem Fernsehformat der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinzeitung den jungen Leuten kürzlich in Thüringen geraten, gehen Sie aus Gera weg, das ist eine Loserstadt. Ja, ist Sachsen jetzt ein Loserland? Oder ist Lausitz eine Loserregion? Oder was ist das Gewinnende? Ja, also Lukas selber wohnt in Görlitz. Ist für dich Görlitz jetzt ländlicher Raum oder Stadt? Also da trete ich den Görlitz dann auf den Schlips, wenn ich jetzt sage, das ist ein ländlicher Raum. Nee, das ist ja eigentlich das Spannende an Görlitz, dass es ja mal eine Großstadt war. Ich rede dann immer schon vom Wir, obwohl ich da gar nicht so lange lebe, aber für mich da sowohl. Das war mal Großstadt, wir hatten über 100.000, knapp 100.000 Einwohner. Allerdings als die Stadt auch noch nicht geteilt war, ist jetzt Teil Deutsch, Teil Polnisch. Und ja, und also nach Definition auch der Landesregierung ist es ja eher so ein Mittelzentrum. Es wurde ja lange, das sind wir ja auch schon direkt beim politischen, Dresden, Leipzig, das wurde so lange unterstützt. Auch Chemnitz, wir buttern ganz viel in die Großstadt, dieses Leuchtturmprojekt. Und da ist Görlitz, glaube ich, lange so hinten runtergefallen. Bautzen auch. Also so diese kleinen regionalen Zentren, die man jetzt so wiederentdeckt und wo man merkt, ja, das sind schon auch Anker in der Region. Und Görlitz ist toll, weil es diese großstädtische Architektur immer noch hat, die Struktur ist da. Obwohl es jetzt so knapp 60.000 Einwohner sind, mit Eingemeindungen, muss man sagen, haben noch eine tolle Straßenbahn. Also das wirkt manchmal so, ja, als wäre das eine viel größere Stadt, als sie eigentlich ist. Das ist ganz schön. Lebst du gerne in Görlitz? Auf jeden Fall, ja. Fühle mich da wohl. Also gut, jetzt bin ich ja hierher gefahren nach Dresden. Das braucht dann schon auch eine Weile. Oder wenn ich nach Berlin fahre, dauert es, ich fahre drei Stunden von Görlitz nach Berlin und die Strecke, da gab es jetzt, ich weiß gar nicht, wo das gestanden hat, ich fahre heute genauso lange von Görlitz nach Berlin wie in den 1930er Jahren. Das ist doch irre. Ja, das ist von Dresden nach Berlin genauso. Das ist doch Wahnsinn. Ja, aber, ja, ich meine, Verkehrsminister sitzt mir ja gegenüber auch. Warum ist denn das so? Ja, zum einen hat man Sachsen tatsächlich in den 90er Jahren vom Fernverkehr abgehangen. Das war eine politische Entscheidung, als es darum ging, welche großen Neubaustrecken bei der Bahn gemacht werden sollten, wurde damals die Südstrecke eben über Thüringen gelegt und nicht über Sachsen. Welche Südstrecke ist das? Naja, die nach München geht. Über Erfurt jetzt oder was? Berlin über Erfurt nach München und nicht über Leipzig. Es gibt zwar jetzt einen Seitenzweig nach Leipzig, aber die Hauptstrecke ist nun mal über Erfurt. Es gab vor allem die Entscheidung der Deutschen Bahn, auch damals dem Börsengang alles unterzuordnen. Ich halte es auch nach wie vor für einen Riesenfehler, dass man der Meinung war, mit den Flugverkehren nicht konkurrieren zu wollen und deshalb eben Fernverkehr und vor allem grenzüberschreitende Fernverkehr reingestellt hat. Also gerade auch die Strecke bei dir nach Polen ist ja nicht mehr Fernverkehr. Also man fährt nicht mit dem Zug von Dresden nach Breslau oder nach Krakau, sondern das sind Nahverkehrslösungen. Da erzählen die alten Görlitzer immer noch davon, dass man konnte wohl früher, auch bevor die Mauer gebaut wurde, noch von Breslau, Görlitz nach Köln dann durchfahren. Also das war mal eine richtig gute Strecke wohl. Und jetzt ist das auch alles privatisiert. Da fährt jetzt die Trilex, Odeck, also kleine private Verkehrsunternehmen. Man muss aber sagen, dass die das mitunter besser gebacken kriegen, diese kleinen dann doch irgendwie Diesel-Lokomotiven da zu modernisieren. Wir haben immerhin WLAN drin. Also das, was ich im Regionalverkehr der Deutschen Bahn noch nicht habe. Das ist schon ganz spannend eigentlich, dass die das hinkriegen. Und einen tollen Service. Ich kann Karten direkt im Zug kaufen. Und noch so einen kleinen Piccolo-Sekt für, ich glaube, zwei Euro oder so. Also mir geht es richtig gut, wenn ich da drin bin. Ja, also es ist für mich ein riesengroßes Thema, weil wir in Sachsen ja meiner Meinung nach die Verkehrspolitik zu sehr aus der Sicht des Autofahrers gestaltet haben. Ja, aber nicht nur in Sachsen. Ja, aber in Sachsen, da bin ich nun mal Verkehrsminister. Da bin ich sozusagen damit konfrontiert. Jetzt bin ich zwar froh darüber, dass wir gerade in diesen letzten Jahren viel für die Bahn tun konnten und der Bund sich jetzt auch entschieden hat, zum Beispiel diese Strecken zu elektrifizieren, auch Dresden-Görlitz, was nun mal notwendig ist. Und ich wünsche mir nur wirklich, dass die Deutsche Bahn einfach auch mal wieder das Potenzial des Bahnlandes sieht. Aber das ist ein bisschen das, ja. Ich war in der Schweiz und war total begeistert davon, wie die sich als Bahnland verstehen. Ja, auch Japan. Aber das sind halt immer so die fernen Beispiele. Mich würde immer interessieren, das stimmt, gibt es denn da einen Einfluss als Politiker, den man auch der Bahn gegenüber gelten machen kann? Weil Michael Kretschmer, der war jetzt viel bei uns in der Region, dann hieß es immer, ja, und wir holen jetzt hier die ICE-Trasse Berlin nach Görlitz über Weißwasser, also wo auch die Leute in Weißwasser alle gelacht haben, warum soll bei uns eigentlich noch ein ICE halten? Hier steigt sowieso keiner ein. Also kann ich das einfach so sagen oder wie funktioniert das? Kann ich als Politiker zur Bahn gehen und sagen, also Leute, passt mal auf die Strecke, die hätte ich jetzt gerne zwei, drei, vier Spure, wie so eine Autobahn und dann am besten noch elektrifiziert und Fernstrecke. Also wie geht denn das? Es hat sich aber etwas verändert, weil die Bahn schon verstanden hat, dass sie das im Miteinander machen muss. Es gab eine große Diskrepanz, also das war eine Entkopplung zwischen politischen Willen aus den Regionen und dem, was die Bahn wollte, die das nur wirtschaftlich gesehen hat. Und Länder haben nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern die haben natürlich Interessen, dass Menschen ihre Mobilität leben können, dass sie von A nach B kommen, dass es vernünftige Verkehrskonzepte gibt. Ich glaube, ein großer Erfolg war, dass wir ein Miteinander gefunden haben. Also in den letzten Jahren ist in Sachsen beim Thema Bahn viel mehr möglich geworden, weil wir ein Miteinander gefunden haben, weil auch Menschen an der Verantwortung geworden haben, auch bei der Deutschen Bahn, die sagten, los, jetzt ziehen wir das Ding durch. Ja, da sind auch so kleine Beispiele, wie zum Beispiel in Chemnitz sollte eine alte Eisenbahnbrücke, der Viadukt, sozusagen einem Neubau weichen, weil es sozusagen preiswerter wäre und technisch besser, eine neue Brücke hinzustellen. Dass aber diese Brücke etwas mit Heimat zu tun hat, mit Heimatgefühl zu tun hat, mit Identität, das hat die Deutsche Bahn damals komplett, komplett sozusagen negiert oder weggenommen. Sie haben, aber dann gab es zum Beispiel einen neuen Chef, der bei der Deutschen Bahn zuständig für Sachsen war und der hat gesagt, los, jetzt machen wir das. Und das ist, glaube ich, der große Erfolg. Und das ist etwas, was sozusagen auch Heimatverbundenheit zeigt, solche Symbole, solche Einrichtungen zu haben. Und deshalb ist das für mich schon einmal auch ein Thema, was wir ja auch miteinander besprechen, was sozusagen Stadt, Land, Flucht auch bedeutet. Was sind auch Bindekräfte? Nun ist es vielleicht nicht eine Brücke, unbedingt nur eine Bindekraft. Aber es hat trotzdem irgendetwas damit zu tun, wo man sich zugehörig fühlt. Ja, wir haben deshalb eine Pause, weil es ist heiß draußen und es wird gerade Eis gereicht. Möchtest du ein Eis? Ich hätte gerne Eis, glaube ich. Möchtest du gerne? Ich habe unterschiedliche Sorten. Vanille, Schoko und Panna Cotta Erdbeere. Oh, Panna Cotta Erdbeere nehme ich. Okay, wollte ich, aber nehme ich. Ja, dann nimm das. Nein, nein. Wir können es auch reinteilen. Bitte. Ich esse die Panna Cotta und dann nehme ich dir die Erdbeere. Genau. Gut, also wenn es jetzt zwischendurch immer mal so schlürft, dann machen wir euch neidisch, weil wir essen gerade nebenbei Eis. Das finde ich sehr gut. Wenn draußen die Sonne scheint. Obwohl, das bringt mich auf eine ganz wichtige Frage, weil eigentlich ist das Thema irgendwie auch Heimat, ne? Wo gibt es das beste Eis? Oh ja, okay. Das beste Eis, aber nach welchem Gesichtspunkt? Also ist das jetzt ein Soft-Eis oder ist das ein, ich zum Beispiel esse am liebsten Spaghetti-Eis in Kamens am Klostertor, weil das Wichtige beim Spaghetti-Eis ist, das ist jetzt eine Binsenweisheit, das ist mir bewusst, das ist nicht innovativ, was ich sage, aber dieser Sahnekern, über den dann dieses Vanilleeis gepresst wird, der muss so leicht angefroren sein. Und das kriegen die nur richtig gut hin im Klostertor in Kamens. Was aber auch sehr gut ist, ist zum Beispiel, da wird noch so nach Alpen-DDR-Rezept, nicht dass ich beurteilen könnte, was das ist, aber in Bischofswerda gibt es noch eine schöne Milchbar, kann man auch gut essen. Und in Görlitz, da haben wir jetzt einen ganz neuen auf der Steinstraße, die machen hervorragendes Sorbet und das sind Polen. Und die machen dann richtig gute Sachen, so mit Pfefferminz und Limette und das sind, also da bin ich gerne. Ja, ich habe überall meine Spots. Okay, sehr gut. Weißt du eigentlich, dass man in Italien Spaghetti-Eis nicht kennt, das ist eine typisch deutsche Erfindung. Also für mich das beste Eis gibt es in Eula. In Eula, bin ich nie. Und das ist bei Nossen. Bei Nossen. Und es gibt nur eine einzige Eissorte. Okay, und die ist Vanille. Vanille. Die haben nur Vanille-Eis und das habe ich schon als Kind geliebt und viele auch, weil da war immer eine riesengroße Schlange. Und da gibt es Vanille-Eis mit Schoko und Erdbeersauce. Ah, mit Streusel? Nein, kannst du auch machen, aber sozusagen, das heißt ja ganz bewusst dann der traditionelle Becher und die richtig eingefleischten Essen natürlich nur diesen traditionellen Becher. Und gibt es das dann aber auch nicht aus der Waffel, sondern aus diesen Schälchen, diesen DDR-Dingern? Wie heißen die denn eigentlich? Gibt es da einen Namen für? Nein, inzwischen haben sie auch modernere Schälchen, aber ja, ja. Diese Waffelschälchen, gibt es einen Namen dafür? Nö. Das muss ja irgendeinen Namen haben. Bestimmt. Waffelschälchen kann ich mir nicht vorstellen, das ist so umständlich. Genau, wie schmeckt's? Ja, ja, solide, glaub ich's. Okay. Okay, aber ich meine, Eis ist deshalb für mich so ein gutes Thema gewesen, weil man verbindet ja so auch Kindheit mit Heimat oder mit dem, wo man zugehörig ist. Ist das so? Also mir geht es so, dass ich zum Beispiel Weihnachten immer versuche, mich zu erinnern, wie ich das als Kind erlebt habe. Oder ich freu mich, wenn ich zum Beispiel ein Eis esse, weil ich das als Kindheitstagen kenne und sowas. Ja gut, aber das ist ja dann trotzdem nicht ortsspezifisch. Also dann könntest du ja überall das machen. Dann ist dieser Heimatbegriff ja auch sehr wandelbar. Was ist Heimat? Ja, boah, jetzt sind wir aber drin hier. Ich mach das immer an Codes fest. Also ich glaube, dass Codes entschlüsseln können. Also was mach ich mit Codes? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Kamenz bin und da steht also, dieser Güterbahnhof, der steht da richtig leer und brach. Und mein Opa, der war aber, der war bei der Güterbahn. Der war, der war, der war da. Das heißt, ich habe irgendwie eine Verbindung zu diesem, zu diesem jetzt brachliegenden Gelände. Das haben vielleicht andere gar nicht. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne, ich kenne dieses Gelände. Ich, 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 ich habe eine Verbindung dazu. Genauso wie viele, ganz viele andere Kamenz. Also dass es zum Beispiel ein Viertel gab in Kamenz, da haben dann nur die Eisenbahner gelebt. Das waren also Genossenschaftswohnungen nur für die Eisenbahner. Das wissen ganz viele gar nicht mehr. Und man kann sich sowas aneignen und man kann das entschlüsseln. Das meine ich mit Codes entschlüsseln und und wenn dann irgendwas passiert mit diesem Güterbahnhof, der soll zum Beispiel jetzt, ist geplant, so eine Initiative für die Landesgartenschau, das umzugestalten. Dann gibt es eben ganz viele, die das toll finden oder nicht toll finden. Und ich habe irgendwie ein Gespür dafür, dass das, was das mit den Leuten, glaube ich, macht. Einfach, weil ich daherkomme, weil ich mich mit diesem Ort beschäftigt habe. Und das heißt aber nicht, dass ich auf diesen Ort begrenzt bin, sondern ich kann mir das natürlich an anderen Orten genauso aneignen. Also Stadtgeschichte. Deswegen würde ich auch sagen, ich habe ein gewisses Gespür für, vielleicht dann doch für Görlitzer, Befindlichkeiten, weil ich offen durch diese Stadt gehe und mich mit dieser Geschichte beschäftige, mit dem, was da mal war, mit diesen Hüllen, mit diesen Fabrikgeländen und mir das anzueignen. Das zu verstehen, also nicht durch die Welt zu laufen wie ein Tourist, der das eben nicht hat, der das nicht entschlüsseln kann. Das ist für mich Heimat. Macht das Sinn? Ja, also ich möchte ja gar nicht festlegen, ob jetzt Heimat ein Ort ist, ein Code ist oder ein Gefühl ist. Also weil in erster Linie ist für mich Heimat so ein Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit. Das sind so Glücksmomente. Aber was ist denn Geborgenheit und Sicherheit? Also was ist das? Mach mir das mal fest an einem Gefühl, an einem Beispiel. Genau, an einem Gefühl. Ja, das sind so auch Momente, wo man vielleicht mal da sitzt und sagt, mir geht das gut. Es ist gerade alles in dem Moment einfach gut. Aber kannst du das nicht auch in Italien haben zum Beispiel? Ja, warum kann das nicht auch in dem Moment deine Heimat sein? Genau, genau, das frage ich mich. Also wie wandelbar ist denn dieser Begriff? Wie fix und wie ausgrenzend? Das meine ich ja. Für manche ist Heimat sehr ortsbezogen. Ich will denen das gar nicht ausreden, weil manche sagen, meine Heimat ist der Ort, wo ich geboren bin oder meine Heimat ist der Ort, wo ich lebe. Und die begründen das sehr häufig auch mit Sicherheit, weil das ist ihre Scholle. Sie kennen das. Sie wissen, wer dort wohnt. Sie wissen, wie Menschen sich bewegen, was sicher und was unsicher ist. Also ich glaube trotzdem, dass man auf den Punkt durchaus zurückkommt, dass das irgendwie ein Sicherheitsgebilde ist. Aber es muss nicht ein Ort sein. Und ich habe auch heimatliche Gefühle, wenn ich an Orte denke. Zum Beispiel, ich bin zwar in Plauen im Vogtland geboren, habe meine Kindheit in Meißen verbracht. Und ich hatte eine wunderbare Kindheit, weil das war Abenteuer. Und deshalb habe ich heimatliche Gefühle, wenn ich an Meißen denke. Ich wohne in Moritzburg und das ist für mich selbstverständlich mein Heimatort. Und Plauen? Was macht Plauen mit dir? Nö. Das nicht? Nein. Also sagen wir so, da bin ich geboren und das verstecke ich auch nicht. Ich war ein halbes Jahr, das war weggezogen. Also man hört jetzt kein Dialekt oder ähnliches. Stimmt, du sprichst dialektfrei. Naja, das Hochdeutsch kommt ja nur aus Meißen. Das stimmt. Meißener Kanzlei Deutsch wurde ja nun übersetzt damit. Ja, aber von daher ist für mich Heimat, ich meine, das hat ja auch so eine Renaissance bekommen, dieser Begriff. Auf einmal reden alle über Heimat. Ja, aber es gibt eben auch Menschen, die damit bewusst, die dann auch sagen, nee, wir nehmen diesen Heimatbegriff auch nicht an und wir nehmen auch euren Heimatbegriff nicht an. Ulstein hat jetzt kürzlich ein Buch rausgebracht, eine Anthologie, die heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Also wo vor allem dann migrantische Autoren und Autorinnen, auch jüdische Schriftsteller, Schriftstellerinnen eben genau das bemängeln. Also wir werden eben nicht einbezogen. Also das ist das, was wir jetzt machen. Das reden zwei Deutsche über ihren Heimatbegriff. Aber was der mit anderen macht, wie ausschließend der ist oder wie einschließend, das kommt dann häufig nicht zur Sprache. Genau, aber das ist doch der entscheidende Unterschied. Wenn Heimat ein ausschließender Begriff ist, die eigene Scholle definieren und man dann noch meint, selber bestimmen zu dürfen, wer auf die Scholle darf oder wer nicht. Das ist natürlich ein Heimatbegriff, der ein, das ist nicht meiner. Ich habe einen sehr progressiven Heimatbegriff, der auch eine Einladung ist. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, was mich total beeindruckt hat. Das war ein kleines siebenjähriges Flüchtlingskind, was in der Familie am besten auch Deutsch konnte, nur trotzdem als Kind gesprochen hat. Deshalb hat die jetzt nie über Heimat gesprochen, aber sie hatte im Kindergarten gesagt, das ist mein Zuhause. Und wenn ein siebenjähriges Kind auf einmal mit dieser Fluchterfahrung im Rücken auf einmal sagt, das ist hier mein Zuhause, das hat mich total berührt, weil wenn ein Kind so etwas mit dieser Erfahrung sagt, dann muss das bei diesem Kind etwas ausgelöst haben. Ich merke das nur, wir haben jetzt diese Oberbürgermeisterwahl in Görlitz hinter uns und da hatten wir den Octavian Urso von der CDU, der jetzt auch Bürgermeister wird. Und der ist seit 30 Jahren, der ist gebürtiger Rumäne, also sie lebt seit 30 Jahren in Görlitz. Und gerade seitens der AfD haben wir ihm das immer abgesprochen, dass er jetzt Görlitzer ist, dass das seine Heimat ist, dass er dazugehört. Und das, obwohl der Gegenkandidat, der Sebastian Wippel von der AfD, der ist nur 36 Jahre alt, lebt also eigentlich nur sechs Jahre länger in Görlitz. Aber bei ihm war das völlig selbstverständlich, dass er dazugehört, dass es seine Stadt ist. Und wir sind also dann ganz häufig weg von diesen politischen Debatten auch, was wird aus dieser Stadt, was eben so eine OB-Wahl irgendwie auch kennzeichnet, hingekommen zu, gehört er jetzt dazu oder nicht? Darf der Bürgermeister werden? Das ist ein absolutes Novum gewesen, gerade in so einer ostsächsischen Stadt, dass das darf einmal darüber diskutiert wird. Und dass viele ihn eben auch deswegen nicht haben wollten. Also der rumänische Trompeter, was wollen wir mit dem jetzt eigentlich? Und das hat mich dann, das hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Genau, und das ist ein Heimatbegriff, den ich ablehne. Das meine ich mit diesem zu definieren, zu wollen, wer dazugehört und wer nicht. Aber das ist ja das Nächste. Es geht ja einen Schritt weiter. Man sagt erst mal, nicht nur, der gehört nicht dazu, sondern man spricht ihm damit auch die Kompetenz ab, für eine Stadt zu sprechen, darüber zu reden, sie am Ende auch zu regieren. Das ist ja das Nächste. Also wenn ich sage, ich fühle mich Görlitz verbunden, würde man immer sagen, ja gut, aber der lebt jetzt seit vier Jahren hier, drei, vier Jahre, das ist kein Görlitzer, verstehe ich. Aber trotzdem zu sagen, ich mache hier was, ich engagiere mich, ich bin irgendwie, fühle ich mich hier zu Hause. Das erste Mal, ich bin ja auch eben in Kamenz aufgewachsen, in Kassel studiert, aber dieses Gefühl, dazuzugehören, das hatte ich nie so richtig. Das habe ich das erste Mal in Görlitz. Und das würde mir wehtun, wenn man mir das abspricht, ehrlich gesagt. Diese Entwicklung der letzten Jahre, dass eben genau diese Definition, wer dazugehören darf und wer nicht und wem man das Recht gibt, für Gruppen zu sprechen oder für einen Ort zu sprechen oder eben dazugehören zu dürfen oder nicht. Glaubst du, dass das ein Grund ist, warum Menschen gehen wollen? Glaub ich schon, ja. Weil man sie eben nicht anerkennt. Und anerkennen heißt nicht nur zu sagen, natürlich dürfte hier sein, sondern, dass man auch etwas sagen darf, dass man auch kritisch sein darf mit einem Ort, kritisch auch mit dieser Heimat. Das gehört, glaube ich, schon auch zusammen. Dass wenn man sich irgendwo verbunden fühlt, dass man das auch, dass man das nicht nur lobt. Ich würde Görlitz nie nur loben, ich würde Kamenz nie nur loben. Das sind für mich Orte, die ich auch kritisieren kann und möchte und ich finde nicht, dass man mir das absprechen sollte. Das sollte man aber niemandem absprechen, egal wie lange er da ist. Und ich finde es schade, dass das so eine Kompetenzverschränkung ist. Also erst mal zu sagen, nein, du gehörst nicht dazu und du darfst auch nicht darüber reden, auch nicht über uns. Dann entsteht eben genau wieder dieses wir, ihr, wir und du und das ist keine Form von Miteinander, die da entsteht. Und gerade das, ich meine, wir sind ja bei diesem Thema, ja, auch was eine Stadt kann, was vielleicht der ländliche Raum kann, anders kann als eine Stadt. Das ist ja eine Form von Gemeinschaft zu bilden. Anders inkludieren zu können. Einfach, weil es eine übersichtlichere Stadtgesellschaft gibt. Und da sich auch beteiligen zu können. Das finde ich ja überhaupt den großen Vorteil oder den großen Gewinn, den eine Stadt haben kann, etwas zu machen, etwas zu tun. Und immer das, deswegen bin ich irgendwie auch gerne in Görlitz, auch gebraucht zu werden. Also wir sind so wenige, die am Ende in solchen Vereinen sind, dass du könntest noch in den Zweiten und Dritten gehen und immer wäre Arbeit für dich da. Also diese Freiwilligen, und das geht nicht nur in Görlitz so, das wird sicher auch in größeren Städten der Fall sein, die pfeifen ja wirklich aus dem letzten Loch und kriegen auch gar keine so richtige Anerkennung dafür, was sie eigentlich tun, sondern eher noch, dass es heißt, naja, aber was soll denn das jetzt, also was wollten ihr uns jetzt schon wieder sagen eigentlich damit? Also wir hatten letztens, den einen Punkt mache ich noch, gab es diesen Tag der offenen Gesellschaft. Das war so ein bundesweites Projekt, das war ganz niedrigschwellig angelegt, einfach nur Leute stellen ihre Tische vor die Tür und ihre Stühle und dann setzt man sich hin und lädt ein, so, komm mal dazu, sag mal, was ist los. Gar nicht politisch, da war nichts dahinter und da waren so Begleitmaterialien dabei, so Wimpel und da stehen ganz groß drauf, wir sind offen. Dann haben wir das aufgehangen und da kamen Leute vorbei und meinten, ja, aber wir sind auch offen und wir machen da nicht so ein Ding draus. Warum machten ihr das jetzt schon wieder? Also es reicht allein schon so ein kleiner Begriff und sofort ist schon wieder Pfeffer drin. Und wir saßen halt und sagten, kommt doch einfach dazu, sag uns das doch, ja, und immer dieses im Vorbeigehen noch so ein Nachtreten, das, da werde ich manchmal richtig wütend und da denke ich mir auch, Leute, dann, dann gehe ich halt so, dann, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Das, und das war vor allem auch nach diesem Wahlergebnis da, bei der AfD jetzt auch nach der Europawahl, dass ich auch dachte, so, was mache ich denn hier eigentlich? Also ich komme da wirklich auch manchmal an meine Grenzen. Ich habe auch dann echt keinen Bock mehr irgendwann, mich immer damit auseinanderzusetzen. Es ist immer alles ein Minenfeld, jedes politische Thema. Man kann nichts sagen, ohne, dass es sofort, sofort wieder einen Arschtritt gibt. Auch wenn man die Gründe nicht vergleichen kann, erlebe ich zurzeit die dritte Fluchtwelle. Es gab derzeit immer die Fluchtwelle in unterschiedlichen Wellen. Also das heißt, ich bin 1974 geboren, aber ich habe ja nun die späten 80er schon noch bewusst erlebt, wo Menschen gegangen sind, bis hin zu der Diskussion in der eigenen Familie, dass 89 zum Beispiel mein ältester Bruder gerade in Ungarn Urlaub machte, als die Grenze nach Österreich aufgemacht wurde. Und wir diskutiert haben, kommt er wieder? Er kam wieder. Ja, aber du hast diese Fluchtwelle zu der DDR-Zeiten gehabt. Du hattest dann in den 90er Jahren die zweite Fluchtwelle, gerade von einer jungen Generation, vor allem von jungen Frauen. Und ich erlebe aktuell, Welle ist vielleicht jetzt schon ein sehr harter Begriff, aber es hat mich tief getroffen, dass Freunde gegangen sind, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben, diese Stimmung hier. Und ich kenne nicht wenige, die sagen, wenn das am 1. September schief geht, gehen wir. Und das heißt, wir haben anscheinend auch tatsächlich wieder so eine Fluchterfahrung in den Neujahr, aber wir haben eine ganz andere Qualität. Ja, ich würde das auch nicht miteinander vergleichen wollen, vor allem weil statistisch ja, dass das erste Mal mehr Leute wieder in den Osten gezogen sind, als weggezogen sind. Das ist ja eigentlich auch eine interessante Entwicklung. Also viele, die eben in den 90er Jahren gegangen sind, die dann in Baden-Württemberg, auch in Bayern, dort für den Wohlstand gesorgt haben, von dem die jetzt noch zehren, dass die jetzt auch wiederkommen. Auch vielleicht mit so einer heimatlichen Verbundenheit und irgendwie denken, mir geht es ja auch so und ich beobachte es auch bei vielen jungen Leuten, zum Studieren erstmal weg und dann aber sagen, nee, aber irgendwie ist das ja doch ganz gut, was wir hier haben und irgendwie fühlen wir uns verantwortlich für diese Region und daran teilzuhaben und auch mitzuwirken. Also in Görlitz, ich hatte es genau so, da waren Leute und haben gesagt, also wenn das jetzt hier ein AfD-Bürgermeister ist, kein Bock mehr, dann sind wir alle weg. Und am Ende, das sind dann immer Gespräche gewesen, weil ich das gleiche Gefühl mit unter hatte, aber ich war hin und her gerissen und habe gesagt, Leute, das sind sieben Jahre. Das ist Demokratie, dann wählen wir halt dann wieder anders, aber bitte geht jetzt nicht. So, hier passiert gerade was. Bitte bleibt noch. Und das sind immer so diese Übersprungsreaktionen, die sind am Ende geblieben, werden auch geblieben. Aber das steht erstmal im Raum und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Wobei der Spruch von 89 wieder gilt, gilt, wir bleiben hier. Also auch ein Statement. Ja, also damals 89 haben wir auch bewusst Leute, wir bleiben hier gerufen, die auf Reformen gesetzt haben, die auf die Veränderung gesetzt haben. Und heute rufen wieder Leute, wir bleiben hier, weil sie genau diesen Drang, dass die Leute, die das nicht aushalten, die eigentlich unsere Verbündete sind, gehen wollen. Ja, auch mir, na klar ist mir bewusst, dass man es nie vergleichen kann. Es ist halt ein ganz anderes System. Also das prägt, gefühlsmäßig zieht mich das auch ganz schön runter manchmal, weil das eben die Diskussion in meinem Freundeskreis schon sehr häufig mitbestimmt. Inwiefern, was wird denn da gesagt? Also oder bist du gesagt, wo gehen die denn dann hin? Wo wollen die denn dann sein? Ja, es ist jetzt, ja, das ist immer mein Argument. Also ich sage dann auch immer, in welches Land würde man denn gehen? Ja, wenn manche sogar der Meinung sind, aus Deutschland wegzugehen und diese ganzen Vorbilderländer, die wir ja sozusagen immer so als progressive Menschen haben, Niederlande, die skandinavischen Länder, ja, da muss man sich doch mal angucken, wo der Rechtspopulismus dort ist. Ja, aber ist das nicht auch, das ist doch auch so kurz gegriffen, oder? Also mit jeder Legislaturperiode dahin zu ziehen, wo gerade nicht die Rechtspopulisten sind, das finde ich auch ein bisschen kurz gegriffen, ehrlich gesagt. Das ist der Aktionismus, also ein bisschen peinlich. Ja, aber ich glaube, es ist eher geprägt von der Sorge, was tatsächlich hier gerade passiert. Wahrscheinlich, aber das ist ja dann interessant, sind das dann auch Leute, die engagiert sind? Also was machen die denn, um dagegen zu halten? Also ich kenne solche und solche. Ich kenne Freunde, die sich engagiert haben und die keine Kraft mehr haben. Also die sich aufgerieben haben und die auch sagen, ist es das wert? Wie haben die sich engagiert? Was haben die gemacht? Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat selber für den Bundestag kandidiert, in der Lausitz. Wo? Darf man das sagen? Sie kam aus Burkau. Ah, das ist ein schönes Freiwald. Ja, wunderschöner Ort, keine Frage. Und hat also in diesem ganzen Wahlbezirk Bischofswerda, ich weiß jetzt nicht, wie weiter geht, Kamenz, Bischofswerda und so weiter kandidiert. Und war derartigen Anfeindungen ausgesetzt. Und die hat ihr ganzes Leben sich engagiert. Und das hat ihr so die Kraft geraubt. Und das hat mich persönlich sehr getroffen, weil das hat dann eben auch so einen Einschnitt in die Familie und in den Freundeskreis gegeben, weil auf einmal viele darüber gesprochen haben, wir würden es auch tun. Und sie haben es gemacht. Nur ich will mich selber nicht runterziehen lassen. Ja, aber du hast ja auch mit Anfeindungen zu kämpfen. Also das ist ja auch sowas. Was machst denn du dann? Also ich nehme die Sache sehr, sehr ernst, aber ich will mich von der Angst auch nicht auffressen lassen. Aber ist das nicht? Weil ich glaube, die Leute spüren das. Also die riechen den Angstschweiß. Ja gut, die Leute riechen das, aber was macht das mit dir? Man baut sich einen Schutzschirm. Nur so ein dickes Fell gibt es nicht. Natürlich macht mit einem das auch etwas. Aber kommt bei dir nicht auch genau dieses Gefühl, wofür mache ich denn ein Mist hier eigentlich? Ich bin doch für euch da. Ich bin Minister. Ich streng mich doch an. Ich mache ja. Und was kommt denn dann zurück? Dann kriege ich irgendein blödes Gewehr geschickt. Also das ist doch, warum machst du denn das? Also in der Klasse stellt man sich ab und zu mal die Frage, ob es das wert ist, welchen Preis man bezahlt. Und deine Familie auch. Also das ist ja nicht nur du. Genau. Aber auf der anderen Seite, wir erleben auch gerade so viel Zuspruch. Nicht nur wegen diesem beschissenen Gewehr, was man uns nach Hause geschickt hat, sondern auch generell. Es sind ja, es sind ganz viele Leute, die wirklich sehen, wer sich engagiert, was getan wird. Und die es dann auch mal sagen. Und die es dann auch mal sagen. Das baut einen ja auch auf. Also wenn man nur in einer Gesellschaft wäre, wo man das Gefühl hat, man ist alleine. Man ist nicht mehr Mehrheit. Dann würde es die letzte Kraft rauben. Aber kommen die nicht leider immer erst, wenn man bedroht wurde? Oder hörst du vorher auch schon mal was Positives? Ja, gibt es das? Doch. Also ich will das nicht zu negativ darstellen, weil ich würde mir ja auch mal selber zubelegen, dass ich wohl einer der bürgernähsten Politiker in Sachsen bin. Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Küchentisch unterwegs und rede eins und eins mit den Leuten. Ich gehe arbeiten, mache Arbeitseinsätze und zwar ganz bewusst in Unternehmen, wo die Kollegen, mit denen ich arbeite, es vorher nicht wissen, dass die unvoreingenommen mit mir reden. Kein Pressetermin. Es ist eben kein Pressetermin. Und das ist wirkungsvoll, weil ich habe zum Beispiel bei diesen Arbeitseinsätzen auch gemerkt, irgendwann haben die mich gefragt, wie es mir geht, was Politik ist, was ich eigentlich mache. Also auf einmal wechselte auch das Interesse. Ich hatte ja vorher das Interesse gezeigt an ihrer Arbeit, wie es ihnen geht, was sie machen, was sie an Wertschätzung empfinden, ob sie das als gerecht empfinden, was sie auch als Löhne und Arbeitsbedingungen haben. Und irgendwann drehte sich das, dass sehr häufig auch die Diskussion da kommt, was machst du eigentlich, wie sieht dein Tag aus? Und sehr häufig kommt dann auch, mit dir möchte ich nicht tauschen. Wenn man jetzt in dem Facebook oder was weiß ich wo liest, wenn dann irgendwelche Trolle und Hetzer dann wieder der Meinung sind, beschreiben zu dürfen, was Politiker alles machen, die faulen Säcke und Absahner und sonst etwas, da merkt man ja, dass da einfach auch Bilder produziert werden, die ja mit der Realität nichts zu tun haben. Aber es ist, worauf ich hinaus will, ist, ich bekomme auch viele Rückmeldungen dafür, weil man einen direkten Kontakt hat. Wenn das nur eine mediale Öffentlichkeit wäre, wenn Politiker nur noch als Medium da sind, dann braucht man sich nie wundern, wenn sozusagen überhaupt keine Rückmeldungen kommen. Aber ich glaube, das trägt mich auch, das baut mich auch auf. Und ich muss natürlich trotzdem auch meine Familie schützen. Also ich bewundere meine Kinder und meine Frau, wie die das auch mit ertragen. Wir sind alle miteinander groß geworden, auch in dem Sinne, dass wir auch mit solchen Situationen umgehen müssen. Würden deine Kinder in die Politik gehen? Das ist ja unterschiedlich. Also es ist total unterschiedlich. Einer meiner ältesten Söhne war selber in der letzten Legislaturperiode, der Kreisrat hat sich engagiert. Meine zwei jüngsten Söhne sind damals zur KOKO-Abstimmung in die SPD eingetreten. Und dann wieder raus. Nein, die sind dabei geblieben, haben zwar mit Nein gestimmt, aber sind jetzt ganz engagiert. Und meine jüngste Tochter sagt zu mir, sie wird nie Politikerin. Warum? Weil sie sagt, so wie du lebst, möchte ich nicht leben. Und das ist für mich immer eine Herausforderung, weil sie total politisch ist. Also meine Tochter war auch diejenige, die ihre Klasse angestiftet hat, mit The Friday for Future zu gehen. Obwohl es in der Schule hieß, nein, erst ab neunter Klasse. Und meine Tochter ist achte Klasse. Fand ich schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist dein Handy, das hier gerade geholfen hat. Echt? Mein Handy? Ich glaube, es ist das Navi. Es steht hier, es liegt ein Problem mit der Internetverbindung vor. Du bist ja nicht so richtig professionell unterwegs. Eigentlich immer Flugmodus, ne? Ja, ich bin hier reingeschrieben. Von einem Termin zum nächsten. Ich mache Flugmodus. Genau, aber meine Tochter ist total politisch. Aber sie reflektiert natürlich sehr, dass so die Art zu leben eines Politikers, eines Spitzenpolitikers, nicht das ist, was sie unter Leben versteht. Also das finde ich, ich liebe sie dafür, weil sie mich natürlich auch immer damit wieder erdet. Also von daher ist ja beides. Also sozusagen die, die sich politisch engagieren. Meine Frau ist jetzt Gemeinderätin geworden und diejenigen, die auch zu Recht sagen, pass mal auf, wie du lebst, möchte ich nicht leben. Und ja, gut, also das gehört alles miteinander zusammen. Auch bei uns zu Hause wird diskutiert, wer wo leben möchte, ob man in die Stadt zieht oder auf dem Lande. Was ist von Moritzburg dann das nächste? Das ist schon Dresden, ne? Also das ist ja schon mal faszinierend für mich als Moritzburger. Ich wohne auf dem Lande, weil Moritzburg, gut, die große Gemeinde Moritzburg hat über 8000 Einwohner, aber der Kernort Moritzburg hat zweieinhalbtausend Einwohner. Und dort merkt man auch, das ist eine Gemeinde. Ja, ich bin mal mit dem Fahrrad zum Bäcker gefahren und da rief dann der Eismann, bring mir mal zwei Brötchen mit. Und da wusste ich spätestens jetzt, bin ich auch angekommen. Also wenn einfach sozusagen über die Straße das zugerufen wird. Hat er Brötchen oder Semmeln gerufen? Brötchen. Ja, bring mir mal zwei Brötchen mit. Also von daher wohne ich auf dem Lande, aber ich wohne acht Kilometer von Dresden entfernt. Also von Ortseingangsschild zu Ortseingangsschild. Das sind nur acht Kilometer. Zieht sich dann noch eine Weile, weil eben noch andere Ortsteile dazwischen sind. Gibt es eine Bahnanbindung? Ja, die Kleinbahn. Von Radebeul nach Radeburg hält in Moritzburg. Wir haben auch einen Bus, der alle eine halbe Stunde fährt. Und wahrscheinlich würden fast jeder Moritzburger, wenn er außerhalb von Moritzburg gefragt wird, wo er herkommt, auch sagen, ich komme aus Dresden. Ach so? Ist da kein Stolz da? Doch, aber mit Moritzburg. Also die meisten können mit Moritzburg etwas anfangen, weil sie entweder das Schloss kennen oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel kennen. Ja, wo das beides davor kommt. Nur wiederum heißt noch lange nicht, dass man deshalb weiß, wo Moritzburg liegt. Und von daher ist es so. Und ich glaube, man kann auch als Moritzburger sich als Städter empfinden, weil man den Vorteil hat, alle Vorzüge einer großen Stadt wie Dresden zu nutzen. Weil ob ich jetzt 20 bis 30 Minuten benötige, um von Moritzburg ins Zentrum nach Dresden zu fahren oder ob ich von Klein-Schachwitz genauso lange brauche, um die Angebote in der Innenstadt oder wo auch in der Neustadt zu erleben, das macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt, was weiß ich, 50, 60 Kilometer von einer größeren Stadt entfernt bin oder ob ich so wirklich in einem Stadt-Umland-Gefälle oder Beziehung bin. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Aber was macht das dann mit Moritzburg? Also ist das dann so eine Entwicklung, dass man sagt, wir brauchen hier sowieso nichts, weil wir fahren einfach nach Dresden rein? Oder will man dann schon auch eine Nahversorgung natürlich haben und man will dann noch die Schulen und man will also auch den… Wie ist das genau? Also Moritzburg hat sehr dafür gekämpft, dass wir weiterhin ein guter Schulstandort sind. Wir haben in Boxdorf eine tolle Schule, die auch eine Gemeinschaftsschule damals geworden ist, die jetzt beim Schulpreis zum Beispiel mit nominiert war für den Schulpreis. Da bin ich auch sehr stolz darauf. Ob das jetzt nicht meine Leistung ist, aber man empfindet ja trotzdem so ein bisschen solidarischen Stolz für solche Geschichten. Man schaut sehr wohl, wie die Anbindung ist. Da kann einiges sich verbessern. Gut, Moritzburg braucht kein eigenes Theater, weil da kann man nach Dresden und nach Radebeul fahren. Ja, ich wünsche mir auch eine bessere Versorgung und nicht nur einen Nettomarkt. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, weil man einfach auch in Dresden einkaufen gehen kann. Von daher ist Moritzburg, glaube ich, nicht das typische Beispiel für Leben im ländlichen Bereich, sondern das ist eigentlich… Das hat eher was Vorstädtisches, oder? Ja, das hat vor allem sozusagen eigentlich die Kombination von beiden Positiven. Ja, also man zieht aufs Land, um Ruhe, Idylle und Abgeschiedenheit zu haben, wenn man es möchte. Und man nutzt die Vorteile einer großen Stadt, vom Theater bis zum Einkaufen und der Bahnanbindung und Flughafen oder was weiß ich was. Ja, und das sieht man natürlich dann in anderen Regionen anders. Weil Freunde von uns wollen zum Beispiel einen See, Ort Savoniski. Ja, ja, deine Ecke. Da diskutieren wir natürlich auch so, was ist sozusagen, was fehlt und was hat man. Ja, auch gerade jetzt mit dem Strukturwandel und mit der Braunkohle, die wieder wegfällt. Also das sind wirklich Regionen, wo ich mich auch frage, was passiert da jetzt eigentlich? Ich frage, was passiert da jetzt eigentlich? Na, es wird ja wahnsinnig viel ja gerade getan. Viele Millionen werden jetzt in Infrastruktur fließen. Viele Millionen oder viele Ideen sind da, zum Beispiel eben auch Forschungseinrichtungen anzusiedeln, in der Hoffnung, dass sich um Forschungsansiedlungen neue kleine Unternehmen bilden. Aber das finde ich auch wirklich, da muss ich nochmal eingrätschen, weil aus einem Bergmann wird jetzt kein Forschungsinstitutsleiter. Ich finde das immer, also die Forschungsinstitute, die dann kommen, die ziehen dann einfach wieder aus Dresden und aus Berlin die Leute ab. Das ist doch keine Perspektive für jemanden, der jetzt im Tagebau gearbeitet, ohne denen die Qualifikation absprechen zu wollen. Das meine ich gar nicht. Aber also das sind jetzt ungefähr 20.000 Jobs, die da rund um diese Tagebau irgendwie entstehen, entstanden sind. Und denen jetzt zu sagen, also Leute, passt mal auf, wir machen jetzt hier schön ein Forschungsinstitut und dann könnt ihr da, was macht ihr denn da eigentlich? Ich werde Hausmeister oder was. Also das greift mir ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, es sind verschiedene Dinge, die ineinander greifen müssen. Weil es eben nicht nur um das Hier und Jetzt geht, was macht man jetzt mit einem Bergarbeiter, was macht man jetzt mit dem, der im Kraftwerk oder im Tagebau arbeitet. Sondern es geht ganz viel auch darum, einer jungen Generation eine Bleibeperspektive zu geben. Denn das ist ja etwas, das würde mich eher interessieren, wie du das wahrnimmst, so eine Unsicherheit, ob man dort bleibt als junge Familie oder ob man einfach geht. Ja, wenn da nichts ist, warum willst du denn da bleiben? Richtig. Und deshalb sind solche Geschichten, dass man ein Forschungsinstitut dort ansiedelt, um sozusagen auch neue Ideen und eine geistige Aufweitung bekommt, weil auf einmal Themen dort bearbeitet werden, wo auf einmal vielleicht auch Unternehmen sich ansiedeln, kann ja auch genau diese Perspektive aufmachen. Das hat hier Zukunft. Das ist sozusagen ein Strang, weil es auch darum geht, du kannst Unternehmen nicht künstlich irgendwo ansiedeln, sondern die brauchen ein Umfeld. Und da gehört zum Beispiel Forschung mit dazu. Das ist ein Strang. Der zweite Strang ist meiner Meinung nach, dass man mit der LEAG zum Beispiel in der Lausitz als Energieunternehmen arbeiten muss und nicht gegen sie. Also warum kämpft man gegen die LEAG, anstatt mit ihr den Umbau zu machen? Aber wer kämpft denn gegen die LEAG? Naja, ich erlebe schon einen sehr ideologischen Kampf. Also Linke und Grüne macht die Diskussion schon daran fest, die LEAG eigentlich so schnell wie möglich insolvent zu machen. Ja, und ich bin der Meinung, die LEAG brauchen wir weiterhin als Partner für diesen Strukturwandel, nur werden sie in Zukunft eben über andere Energieformen reden oder wirtschaften müssen. Also für mich ist die LEAG dann eine grüne LEAG oder die MIPRAG wird zu einer grünen MIPRAG und wird auch neue Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder sozusagen entdecken müssen. Und das ist für mich dann eben auch die Chance, dass wenn dieser Wandel eines Unternehmens stattfindet, dass sie das mit ihren Mitarbeitern machen. Darum sage ich, das muss ineinander greifen. Das eine ist, welche Perspektive schafft man für eine junge Generation, die sagt, hier passiert Zukunft, ich glaube an diese Region und auf der anderen Seite die Veränderung mit dem Unternehmen durchzuführen, dass eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitkommen. So sehe ich die Perspektive. Ich habe ja das Gefühl, dass da so ein Eindruck entsteht von, jetzt machen wir die Laus jetzt endgültig zu. Da ist eine große Identifikation mit dieser Braunkohle. Also man weiß, das ist eklig und das stinkt und das war dreckig, das war früher noch viel dreckiger. Die Leute, die in Weißwasser in Hoyerswerda wohnen, die wissen das auch noch ganz gut. Und alles, was irgendwie entsteht, sind dann diese Seen. Aber jetzt ist das auch noch weg irgendwann. Und dann können wir doch jetzt hier diesen Landstrich, dann geben wir den ab. Was soll denn da passieren? Also das ist so, was mir entgegenkommt. Und dann heißt es, ja dann machen wir eine ICE-Strecke nach Weißwasser, das hatten wir gerade schon mal. Und dann lachen die Leute, weil die denken, die werden verarscht. Also da kommt keine konstruktive Idee, außer ein Forschungsinstitut, außer eine neue irgendwie huckelfreie Straße. Was alles wichtig ist, das will ich nicht absprechen. Aber was passiert mit diesen Städten, was passiert mit diesen Häusern, mit diesen Wohnungen, was mit den Schulen? Das sind alles solche Fragen. Denn das, was man erlebt hat, auch nach der Wende, auch da gab es diese Deindustrialisierung. Die Schulen werden abgerissen, das wird zusammengelegt. Ich meine in Weißwasser, da muss man nun mal durch die Gegend fahren oder Hoyerswerda. Die bauen einfach immer noch zurück, die bauen diese kompletten Städte zurück, die damals in den 60er, 70er, 80er Jahren so aus dem Boden geschossen sind. Diese Planstädte, ja, muss ich dir nicht erzählen, du kennst das ja besser als ich. Aber da ist nur Abriss. Und da, also das interessiert mich eben, wie kriegt man denn da jetzt einen positiven Turn rein? Denn ich sehe den noch nicht so richtig. Vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das sogar ein Grundproblem ist. Das Grundproblem ist ja nicht mal, was man entscheidet oder welche Weichenstellung man vornimmt. Weil, ob es funktioniert, hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun. Ich erlebe zurzeit das Misstrauen. Egal, was man gerade tut, es wird nicht als der Masterplan empfunden, als der goldene Plan. Und auf einmal sind alle optimistisch. Sondern es wird erst mal, auch aufgrund der Erfahrung, die man in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat, mit dem Misstrauen gesehen. Was ich zum Teil verstehe. Und das sage ich vor allem immer denjenigen, die der Meinung sind, wir müssen jetzt mal mit dem Strukturwandel beginnen. Wo ich immer sage, die Leute wissen ganz genau, was Strukturwandel heißt. Weil die haben den vor 30 Jahren schon mal erlebt. Und bitter bezahlt durch den Industriellen und Arbeitslosigkeit. Die wissen, dass Strukturwandel ist. Das ist nicht irgendwas, was Fernes ist. Und deshalb sind die auch misstrauisch. Auf der anderen Seite habe ich häufig das Gefühl, dass alles das, was wir jetzt gerade tun, sozusagen unter dieser Brille des Misstrauens gar nicht mehr als Chance wahrgenommen wird. Aber dieses Misstrauen ist ja auch berechtigt auf eine Art. Ja, aber die Frage ist, wie lösen wir das? Ja, eben, das ist die Frage. Wie lösen wir das? Aber da sitzt du ja jetzt in der Position, die das mitentscheiden kann, gestalten kann. Ja gut, aber ich kann dir ja sagen, wie viele Millionen jetzt fließen. Ich kann dir jetzt sagen, welche Forschungseinrichtungen kommen. Ich kann dir jetzt sagen, welche Bahnstrecken elektrifiziert werden. Im Übrigen, der ICE ist es nicht. Aber dass man von Berlin nach Görlitz eine Fernverkehrsverbindung vernünftig gebraucht, das ist wichtig. Nur was nützt es uns, wenn man nicht mal in der Lausitz dann hält, sondern nur in Görlitz und in Berlin. Und wenn dann niemand mehr ist, der einsteigt. Ja, und so weiter und so fort. Da sind wir uns ja einig. Nur, wo ist der Schlüssel, dass die Leute sagen, das reicht mir, das finde ich gut. Daran kann man glauben. Wirklich bewusst glauben. Weil alle Dinge, die du jetzt in Gang setzt, entfalten ihre Wirkung nicht sofort, sondern Stück für Stück. Vielleicht manche auch aus den fünf Jahren, vielleicht aus den zehn Jahren. Ich finde eben interessant, dass du vor allem über, gut, das ist eben auch dein Ressort, über die Wirtschaft gehst und über die Infrastruktur. Aber das, was es ja eben auch gibt in diesen Regionen, das sind sehr engagierte Vereine. Und das sind auch Initiativen, die versuchen, dieses Gemeinwohl auch am Laufen zu halten. Und irgendwie da was zu machen. Und auch da wird jetzt Geld reingebuttert, aber völlig in die falschen Stellen. Also ich habe so ein Beispiel nochmal aus Görlitz. Das ist das Einzige, worauf ich referieren kann, weil ich da nun mal eben lebe. Das hast du sicher mitgekriegt, dieses Lausitz-Festival. Also eine unsägliche Sache, wo jemand aus Hamburg beschlossen hat, ganz oben, wir schütten da jetzt richtig Geld rein in diese Lausitz und machen da so ein philharmonisches Festival draus. Aber völlig an den etablierten Vereinen, Strukturen und Engagements vorbei. Und das ist eben genau das, was nicht passieren darf. Also es muss eine Langfristigkeit geben, auch für diese engagierten Leute, die da sind. Ich sehe das in Görlitz, da sind dann irgendwelche Projektstellen für zwei Jahre ausgeschrieben. Die bringen diesen ganzen Stadtteil voran. Das sind irgendwelche Stadtteilcafés, also ganz niedrigschwellige Angebote. Einfach nur Kinderbetreuung. Und die langfristig irgendwie reinzuholen, auch mit diesem Geld, um diese Städte eben nicht veröden zu lassen, das finde ich ganz wichtig. Ja, da sind wir ja sogar beieinander. Es gibt nur ein Grundproblem. Das Grundproblem ist, es gibt nicht freies Geld, sondern… Das stimmt wohl. Also es wäre ja was anderes, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, okay, lieber Freistaat Sachsen, hier habt ihr jetzt 40 Milliarden Euro und wir sind uns sicher, in 20 Jahren haben wir den Strukturwandel vernünftig gemacht und ihr kümmert euch. Nein, wir haben jetzt 40 Milliarden Euro für das gesamte Projekt gebunden in Straßenbaumitteln, in Verkehrsmitteln und so weiter. Keine freien Mittel. Und das ist natürlich schade, weil man da wirklich dieses Gestaltungselement minimiert. Ich will nicht sagen, man behindert es nicht, aber es ist sehr eingeschränkt auf Infrastruktur oder auf das, was man machen kann. Und trotzdem glaube ich an die Kraft der Region. Es ist eben nicht das Lausitz-Festival, was sozusagen künstlich von oben eingepflanzt wurde. Das sind solche Geschichten wie in Schwarzkolm die Krabat-Festspiele. Ja, super. Also ich war so begeistert, weil ein ganzes Dorf mitspielt und das hat dieses Dorf geprägt. Das hat mich total begeistert. Ich bin ja der Meinung. Oder Görlitz-Jakob-Passage. Fantastisch. Nicht nur die, wir haben die Rabrika und das Kulass, ganz, ganz tolle Dinge. Die habe ich jetzt kennengelernt. Und genau darauf muss man auch die Kraft setzen. Wir haben in Sachsen so viele Kreative. Und diese Kreativen sind eben nicht nur in Dresden, Leipzig, Chemnitz. Eben. Wir haben jetzt einen Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht vorgelegt, den zweiten. Und dabei auch mal die Bedeutung der Kreativwirtschaft nochmal definiert. Das ist inzwischen eine absolut wachsende Branche in Sachsen mit drei Milliarden Umsatz, mit 75.000 Menschen, die dort beschäftigt sind. Und, und das ist eben der entscheidende Punkt, 45 Prozent der Kreativen sind im ländlichen Raum. Ja. Und das meine ich, die muss man langfristig unterstützen und absichern. Und dann kommt eben auch, das ist auch eine Frage der Wertschätzung, weil du meintest, also Unternehmensansiedlung, die brauchen eben nicht nur Intelligenz mit Forschungseinrichtungen oder mit irgendwelchen guten Straßen, sondern die brauchen auch dieses Kulturelle. Die brauchen auch das, was durch die Kultur in die Gesellschaft getragen wird, was eben eine Gesellschaft zusammenhält. Und das ist ja wirklich ganz spannend, das hat Bayern richtig gut gemacht, auch Baden-Württemberg, wie die den ländlichen Raum gefördert haben, wie die das gestärkt haben, wie die weg sind von ihren Zentren. Also dort würde man nie sagen, dort sind die ganzen Unternehmen alle nur in Nürnberg und München, sondern die sind eben im ländlichen Raum. Die sind dort angesiedelt, die sind dort fest verwurzelt und dort holen die auch ihren Nachwuchs her. Die haben das hingekriegt. Warum nicht in Sachsen? Tja. Und warum, das ist ja auch die weiterführende Frage, warum kann man sowas nicht auf die Lausitz anwenden? Warum geht dieses weg vom Zentralen, weg von Dresden, weg von Leipzig, weg von Chemnitz, weg von diesen Leuchttürmen, warum tun wir uns da hier so schwer damit? Ich kann die Frage schlecht beantworten, weil ich nicht weiß, ob das wirklich die Grundvoraussetzung ist. Also wir haben zum Beispiel, ich habe eine Landkarte, da sind alle Zulieferer der Automobilindustrie. Und die sind eben nicht Dresden, Leipzig, Chemnitz. Nee, eben. Sondern die sind wie eine Perlenkette an der Autobahn aufgereitet. Da siehst du natürlich schon nochmal die Bedeutung von Infrastruktur. Und auf der anderen Seite, ich war gerade im Erzgebirge, die Erzgebirger denken als Erzgebirger. Das sind stolze Menschen da. So, und die haben so einen regionalen Stolz, ja. Und manchmal kommt der Stolz auch aus dem Minderwertigkeitskomplex, was ich manchmal auch in der Lausitz, auch manchmal in Chemnitz erlebe. Wobei das jetzt als Politiker gefährlich ist, so etwas zu sagen. Das ist sehr gefährlich, ja. Deshalb sage ich sofort in Anführungsstrichen. Die sieht man aber leider nicht. So, darum sage ich es. Aber manchmal habe ich zumindest das Gefühl, dass sozusagen auch man so dieses Ihr in Dresden auch kultiviert. Wiederum möchte ich nicht widersprechen, dass Dresden eine eigene Sicht auch hat. Eine städtische Sicht durchaus. Aber auch tatsächlich eine explizit dresdnerische Sicht auch. Ja, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass Leute Verantwortung haben, die eben nicht nur Dresdner sind. Oder die eben, ich komme aus dem Landkreis Meisen, auch wenn ich Dresdner bin, habe ich halt immer noch die Bezüge zum ländlichen Raum. Meine Familie, mütterlicherseits, kommt aus dem Erzgebirge und bin deshalb sehr, sehr häufig dort. Dort wird man auch sehr deutlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Oder eben in Lausitz, wenn wir bei unseren Freunden sind, wirst du mit der Lausitzer Realität sozusagen konfrontiert. Oder mit der regionalen, sagen wir mal, Realität. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Selbst die Frotzeleien zwischen Dresden und Leipzig gehören dazu. Also das ist ja auch identitätsbildend. Das finde ich alles gar nicht schlimm. Das ist total schön, dazu zu schauen, wie die Dresdner darunter leiden, dass Leipzig jetzt wegsort ist. Das ist ja vor ein Anspruch mit den 600.000. Das tut richtig weh, die Dresdner. Ich finde solche regionalen Unterschiedlichkeiten und auch diese Frotzeleien eher amüsant, weil sie auch irgendwie identitätsprägend sind. Was nicht geht, sind, wenn daraus strukturelle Ungerechtigkeiten gehen. Abgehangenheitsgefühle oder tatsächlich Abgehangensein. Das genau ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Nun diskutieren wir die ganze Zeit schon über Stadt, Land, Flucht, über Heimat, über die Frage, was in diesem Land passiert und was eigentlich sozusagen die Perspektiven auch sind, dass Menschen in ihren Regionen eine Perspektive haben, wobei ich auch gerade einer jungen Generation nie vorschreiben möchte, ob sie dort bleiben muss oder nicht auch die Chance haben, nutzen soll, die Welt zu entdecken, solange wir alles dafür tun, dass, wenn sie zurückkehren wollen, hier beste Voraussetzungen empfinden. Ich mache jetzt mal einen ganz harten Bruch oder Break deshalb, weil es glaube ich auch gut ist, bei so einem Podcast immer mal sozusagen auch Gedanken zu lockern und zu lüften. Wir müssen ein bisschen pausen. Darf ich hier eigentlich rauchen? Das ist so eine Frage. Ihr habt jetzt diesen schicken Neubau hier. Ist hier ein Rauchmelder drin? Nee. Doch, da ist einer. Ja, das war's. Die Frage hat sich soeben beantwortet. Dann lass uns, weil auch die Zeit jetzt weit fortgeschritten ist. Also wir machen jetzt Zwischenfragen und ich bitte dich, auch kurz zu antworten, relativ kurz zu antworten. Die erste ist, was war das letzte Erweckungsereignis, so der letzte Aha-Effekt? Ein Buch, ein Gespräch, ein Ereignis, was dich irgendwie weitergebracht hat und warum? Oh, das sind mehrere gewesen in den letzten Wochen. Ich habe jetzt, ich fasse mich kurz, ich habe ein Buch von Walter Kampowski gelesen, im Blog hieß das. Und ich habe von dem vorher nie was gehört gehabt und hatte nur reingelesen und das, er beschreibt seine Haft in Bautzen. Er ist als politischer Gefangener inhaftiert worden, Anfang, Mitte der 50er Jahre. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend, wie er das geschildert hat. Und da ist mir so viel nochmal klar geworden über, ja, über Wende und DDR-Zeit. Das fand ich wirklich wahnsinnig erhellend. Und das zweite Positive ist, jetzt kürzlich ein Interview zusammen gehabt mit der Süddeutschen, mit Octavian Urso, also diesem, unserem neuen Oberbürgermeister in Görlitz. Und wir haben uns im Kühlhaus getroffen in Görlitz, was eben auch so ein Ort ist, der gerade am Blühen und Entstehen ist. Und habe gesehen, ich war lange nicht da, wie die sich gemacht haben. Und die haben sich jetzt, das ist ein riesen Gelände. Und da, wo früher die ganzen Vertragsarbeiter drin waren, die Arbeiter vom Kühlhaus, da entstehen jetzt Ateliers und Arbeitsplätze. Und ringsrum in alten DDR-Garagen machen die so Hostels rein. Für Leute, die vor allem so diesen, den Oder-Neiße-Radweg fahren. Also die dann so eine Etappe haben, Zittau-Görlitz, dann kehren die in Görlitz kurz ein, im Kühlhaus da, und fahren dann einfach wieder weiter. Und das war so toll, das zu sehen, was die sich da haben einfallen lassen. Mich war total beeindruckt. Naja, das waren so zwei Sachen. Okay. Aber deine auch bitte. Ein oder zwei Aha-Momente bitte. Ein Aha-Erlebnis, was mich wahnsinnig geprägt hat, war eine Reise nach Finnland und nach Estland vor ein paar Monaten, die ich als Wirtschaftsminister gemacht habe. Und dort habe ich einen Stadtteil besucht, der neu aufgebaut wurde. Das war ein alter Hafen. Und der wird zur Smart City umgebaut in Helsinki. Ah, das habe ich gehört. Direkt aufs Wasser irgendwie, ne? Also, und dann haben wir einen Vortrag gehört darüber und dieser Vortrag hatte eine Überschrift. Und diese Überschrift war für mich so dieses Wow, dieses Aha. Und seitdem rede ich auch die ganze Zeit darüber. Die Überschrift war, wir schenken Ihnen eine Stunde Zeit am Tag. Und danach haben die erklärt, wie sie diesen Stadtteil umbauen und Digitalisierung nutzen, dass zum Beispiel Verwaltungsgänge total als Dienstleistung gesehen werden, vereinfacht sind. Die haben die App vorgestellt, wo du sofort auf einen Blick alle ÖPNV-Angebote bis hin zu Fahrradstationen hattest und sonst etwas. Und das war für mich so eine Erleuchtung, weil auf einmal machte alle Sinn. Wir haben immer über Digitalisierung geredet. Und dort auf einmal mit diesem einen Satz, wir schenken Ihnen eine Stunde Zeit am Tag und dann wurde es erklärt, fand ich es auf einmal alles klar, einleuchtend. Zumal, wir waren ja in Finnland und Finnland ist das zufriedenste und glücklichste Land. Wir hatten ja gerade wieder den Zufriedenheitsindex international aufgestellt, Finnland war auf Platz eins. Und da dachte ich mir, stimmt, wenn man mir eine Stunde Zeit am Tag schenken würde, ich wäre ein glücklicher Mensch. Was würdest du machen mit der Stunde? Also ich würde entweder dein Buch zu Ende lesen. Das ist eine schlechte Antwort. Oder ich würde mich, ich glaube, ich würde nicht die Zeit nutzen, um zu arbeiten. Aha, okay. Und dann diese Zeit zu nutzen für mich, für meine Familie, für meine Frau, aber durchaus auch mal für mich. Ich habe kein Problem, auch mal für mich zu sein. Das kommt ziemlich kurz, oder? Das kommt für mich zu sein, genau. Also darum sage ich, ich wäre ein glücklicher Mensch. Ja. Und das war diese Reise. Wobei, interessant, kommen wir gleich zur zweiten Frage, hat damit zu tun, was ist für dich Glück? Oh Gott. Das sind aber wirklich krasse Metafragen, die ihr hier noch einbaut am Ende. Glück. Das kann ich gar nicht so genau definieren, glaube ich. Da tue ich mich richtig schwer. Ich denke selten über solche Begriffe nach. Sollte ich vielleicht häufiger tun. Weiß ich nicht. Ich glaube, für mich ist Glück auch, gebraucht zu werden. Dass ich mich irgendwie einbringen kann. Dass man schätzt, was ich sage, was ich tue, aber auch kritisch damit ist und mir sagt, wenn was nicht so gut ist. Also ich glaube, irgendwie eine Gruppe um mich zu haben, die mir sagt, schön, dass du da bist. Das ist, glaube ich, Glück für mich. Gut, dann fällt dir jetzt die dritte Frage. Warte, dein Glück bitte noch. Ich will das nicht in so eine Richtung nur haben. Nein, also für mich ist es so ein ganz warmes Gefühl. Jetzt gehst du wieder über das Gefühl. Ich bin ein Gefühls-Mensch. Aber wann tritt denn das ein, dieses warme Gefühl? Weißt du, ich war jetzt wieder in Rudolstadt wie jedes Jahr zum Festival. Ja. Und das sind so Momente, wo ich mich glücklich fühle. Okay. Ich bin mit meiner Familie dort, ich höre Musik, ich treffe Freunde und es ist einfach, es sind so Momente, wo einfach mal alles gut ist. Mhm. Das ist auch in Ordnung, ich will nur ein Beispiel haben, weil ich sonst nicht greifen kann. Weil es solche Momente sind, wo man einfach sagt, okay, das ist einfach gut. Okay. Jetzt habe ich, die dritte Frage habe ich schon beantwortet, will ich hiermit sagen. Ah ja. Weil die dritte Frage geht jetzt nochmal an dich. Wann warst du denn das letzte Mal glücklich? Oh. Wir wollen jetzt nie zu privat werden, das was du sagen möchtest. Das war, wann war das, das war glaube ich auch auf so einer, also eine ähnliche Situation. Ich war mit Leuten unterwegs und habe mich getroffen mit denen und wir haben über ein Projekt gesprochen, dass ein Girl jetzt demnächst beginnen soll. Wird ein neuer Verein gegründet, der kümmert sich dann so ein bisschen um zeitgenössische Kunst. Und da haben wir einfach gestanden und mal drüber nachgedacht, was wollen wir eigentlich und was wollen wir machen. Und dann habe ich so ein Gruppengefühl gehabt und ich habe einfach gemerkt, ja, wir haben Leute Bock und ich habe Bock und wir fühlen uns wohl und wir haben Lust. Und da dachte ich mir so, da bin ich richtig beschwingend rausgegangen und auch nach Hause und das war ein guter Moment. Okay, wenn wir jetzt mal die letzten Fragen nach glücklich sein zusammenbinden mit dem, was wir vorher diskutiert haben. Du warst auf der Frank-Elzner-Moderationsschule, oder? Äh, nein, nein, aber wer weiß, was wir kommen. Vielleicht ist das noch was, ja, vielleicht ist das was. Wenn man jetzt schaut, es gab Gründe, warum Menschen gegangen sind, vor allem aus den ländlichen Bereichen, weil wir haben ja auch so eine Magnetwirkung der Städte gehabt. Wir haben aber auch eben den Weggang, die Flucht, in Anführungsstrichen, auch aus Sachsen heraus gehabt. Ja. Also ich kann es statistisch nicht sagen, ich fand es nur interessant, wir haben so eine Internetseite Heimat für Fachkräfte gemacht, wo wir Rückkehrergeschichten auch mit erzählen. Und da ist schon deutlich geworden, wie hoch die Bindung, die Bindung an Heimat wirklich ist. Und dass das auch wirklich Gründe sind, dass man sagt, ich komme aus dem Erzgebirge oder was ich jetzt gestern bei meiner Runde wieder erlebt habe, ich war unterwegs mit Kreativwirtschaftlern. Da waren drei dabei, die sind ins Erzgebirge gegangen, weil ihre Ehefrauen aus dem Erzgebirge kommen und die wollten dahin, wieder zurück. Also du merkst schon, dass das eine ganz hohe Kraft entwickelt, sozusagen auch diese regionale Identität. Ich erlebe aber wiederum durchaus auch den Grund, nach Leipzig zum Beispiel zu gehen als eine wohl der modernen Weltstädte, wo man einfach vom Lebensgefühl her auch gerne ist. Und ich kenne auch einige, auch aus meinem Freundes- und Familienkreis, die durchaus auch ausbrechen wollen aus ihrer ländlichen Heimat und sozusagen auch wirklich die Möglichkeiten einer Stadt wie Leipzig oder auch Dresden zu nutzen. Ich glaube, das sind diese zwei Motivationen, warum Leute entweder zurückgehen oder bewusst in eine Stadt wie Dresden oder Leipzig. Wobei auch viele Dresdner sagen, dass sie gerne nach Leipzig gehen wollen. Ja, ich gehöre dazu. Das darf man ja nie. Das darfst du gar nicht laut sagen, das schneiden wir alles raus. Nein, nein. Ich bin ja zufrieden, ich bin ja nur Moritz-Burger. Ja. Ich habe dich unterbrochen. Ja, ja, ich sammle mich gerade. Wir haben vorhin über den Strukturwandel gesprochen und über Milliarden Euro, die dort hineinfließen. Aber ich glaube, was wir beide ja damit auch indirekt und direkt festgestellt haben, dass es eben nicht nur um materielle Entscheidungen geht, dass Menschen sagen, das ist gut hier, hier bleibe ich oder hier gehe ich hin, sondern dass es ganz viel mit Lebensgefühl zu tun hat. Ja, und dieses unterschiedliche Lebensgefühl, was man in einer großen Stadt hat oder bewusst eben im ländlichen Raum. Und ich erlebe auch, wie widersprüchlich das auch manchmal ist oder dass es Momente gibt, wo man sagt, ich will hier weg und andere Momente, wo man sagt, nee, das ist meine Heimat, hier bleibe ich. Also ich glaube, dass man immer in diesem Zwiespalt auch ist. Ja, und damit müssen wir an dieser Stelle auch mit umgehen. Deshalb würde ich gerne am Schluss nochmal mit dir darüber nachdenken, was zu tun ist. Wir hatten ja vorhin schon beim Thema Lausitz darüber gesprochen, wobei das Wort Lausitz im Erzgebirge nicht gern gehört wird. Ist das so? Weil diese viel abgreifen und die Erzgebirgler nicht, oder was? Also wir haben in den letzten Jahren ganz viel über Strukturwandel gesprochen und dort hieß es immer Lausitz. Die Ersten, die sich bei mir zu Recht aufgeregt haben, waren die Leute aus dem Leipziger Raum, die gesagt haben, wir haben hier das zweite Revier. Warum redet ihr mal nur über die Lausitz? Wir sind das mitteldeutsche Revier, wir sind genauso betroffen. Und dann kamen die Leute aus Südwestsachsen und sagten, was redet ihr die ganze Zeit vom Strukturwandel in der Lausitz oder jetzt auch im mitteldeutschen Revier? Wir hier als Automobilsektor sind dem größten Transformationsprozess unterlegen, weil 95.000 Menschen in Sachsen nur von der Automobilindustrie abhängig sind, direkt abhängig sind. Und die Elektromobilität verändert zum Beispiel auch die Zulieferindustrie. Also das heißt, Strukturwandel wird überall gerade als wahrgenommen, durchaus auch mit Sorgen wahrgenommen und eben nicht nur in der Lausitz. Und deshalb ist es ja schon die Frage, wie schaffen wir es, ein Lebensgefühl in Sachsen zu entwickeln, wo man genauso sagen kann, ob ich jetzt in meiner Gemeinde lebe oder in einer großen Stadt, es lohnt sich, es ist lebenswert. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ich glaube, Strukturwandel ist ja häufig auch eine Umschreibung dafür, dass sich vor allem unser Verhältnis auch zur Arbeit verändert. Dass es durchaus weniger klassische Arbeit gibt, also so wie wir uns das vorstellen. Man geht also in irgendeinem Betrieb und dann bleibt man da und dann hat man so fünf Tage die Woche, hängt man da dort ab. Und darüber hinaus muss es möglich sein, also nicht nur diese Arbeit neu zu denken, sondern eben diese Gemeinschaft. Also was ist drumherum? Und da sehe ich eben, dass das vor allem in den Gemeinden und in den Städten möglich ist, ganz anders auch wieder einzubinden in kommunalpolitische Entscheidungen. Michael Kretschmann hat jetzt auch dieses Projekt, davor ist ja mit diesem Volkseinwand, glaube ich. Also dieses, da brauchen wir nicht drüber reden, das sind mitunter auch sehr populistische Forderungen. Aber was ja immer wieder zum Ausdruck kommt, und das hört er ja angeblich bei seiner Tour auch, dass Menschen sich einbringen wollen. Aber das Mittel haben wir ja. Ja, also gerade die Städte bieten das wie keine anderen Strukturen in auch unserem föderalen System, dass man sich beteiligt an kommunalen Entscheidungen. Und bevor wir das auf irgendeine Bundesebene hieven, bevor wir das auf etwas europäische Ebene hieven, da unten, da wird die Politik gemacht. Und da sehe ich auch wiederum Politik, und damit meine ich eben auch eine Regierung, in der Pflicht, genau diese Strukturen zu fördern. Also wie binden wir Menschen in ihren Kommunen ein, welche Mittel geben wir, dass die sich einbringen können. Denn da, wo man sich einbringt, da, wo man das Gefühl auch hat, mitbestimmt zu dürfen und auch tatsächlich mitbestimmt, da identifizieren sich die Leute. Ich habe dann immer so ein Beispiel. Wir haben in Görlitz dieses Projekt, das nennt sich Bürgerrat. Also da wurden Stadtteile gegliedert, Quartiere eingeordnet und pro Quartier, pro Stadtteil gibt es einen Bürgerrat und je Einwohner einen Euro zur Verfügung. Und dann darf man gemeinsam entscheiden, was machen wir mit diesem Budget. Und das ist gar nicht so viel. Und am Ende ist es, das ist mein klassisches Beispiel, eine Parkbank oder die Begrünung von einem Kreisverkehr. Aber da zu sitzen, mit Leuten, mit denen man vielleicht politisch nicht auf einer Linie ist, darüber zu diskutieren, zu einem Kompromiss zu kommen. Auch dieses gelebte Demokratie, das findet ja genau da statt, auch wenn es nur eine Parkbank ist. Und dann steht das Ding da und wenn das irgendwann jemand beschmutzt, wenn da irgendein Teenie kommt und da was reinritzen will, dann ist dann jemand da und sagt, das ist unsere Parkbank. Da entsteht Identifikation mit diesem Stadtteil. Und diese Mittel haben wir alle in der Hand. Das können wir alles nutzen, aber es wird noch nicht abgerufen. Und da glaube ich, das ist ein großer Vorteil, den kleine Kommunen, den Gemeinden haben. Aber das muss unterstützt werden, das muss wachgerüttelt werden. Du siehst gerade einen in sich lächelnden Martin Dulig, weil du gerade ein Thema ansprichst, was wir gemeinsam mit dem Dirk Neubauer, der ist Bürgermeister in Augustusburg und dem Frank Richter jetzt nochmal öffentlich gemacht haben. Weil wir müssen einfach lernen, auch Macht zu teilen. Und Macht zu teilen bedeutet einfach auch, Menschen zu befähigen, mitzubestimmen und zwar am Ergebnis. Nicht irgendwie nur bis zu Beteiligung oder mal mitreden, sondern wirklich in sie auch ermächtigen, Dinge selber zu entscheiden. Die sie auch betreffen, das ist es ja. Wir haben ja jetzt im Haushalt beschlossen, dass jede Gemeinde 70.000 Euro bekommt, ab 1.000 Einwohner bekommt jede Gemeinde eben diesen Betrag. Aber die ist ja zweckungebunden, da können die ja machen, was sie wollen. Die ist zweckungebunden. Und unser Vorschlag ist, dass das ein Bürgerhaushalt ist. Dass man genau dieses Geld nimmt und ob jetzt Stadtteil orientiert oder als Gemeinde, das kann man ja vor Ort entscheiden. Aber darüber zu entscheiden, was damit passiert, weil der große Vorteil ist, dass es zusätzliches Geld, weil ich nicht möchte, dass sozusagen ein Bürgermeister oder ein Gemeinderat sich sozusagen einer Sache entledigt, zu dem Motto, naja, wir können uns nicht entscheiden, ob jetzt die Schule oder die Kita saniert werden muss, dann sollen das mal die Bürger entscheiden. Das darf nicht sein, das meine ich auch nicht. Aber ich meine wirklich, wenn wir diese zusätzlichen Möglichkeiten haben, dann zu sagen, das ist eure Gestaltungskraft, nutzt es, macht es, das finde ich unheimlich wichtig. Dass wir auch generell uns überlegen, wie wir Menschen wirklich besser beteiligen und zwar nicht als gönnerhafte Geste. Deshalb macht Teilen bedeutet wirklich, dass man sich entscheidet, bewusst Dinge in die Hände von Menschen zu legen und ihnen die Kraft damit zu geben. Ich glaube, wir müssen auch wieder anfangen, also über den Begriff des Bürgers und der Bürgerin zu reden. Also das geht mit Pflichten, auch mit Rechten einher, aber eben auch damit, dass man durchaus auch als Experte seiner eigenen Lebenswelt wahrgenommen werden möchte und auch auftreten sollte. Und das ist doch jetzt die Frage, also ihr macht es einmal, wird es glaube ich ausgeschüttet, diese 70.000? Also sie werden jetzt zweimal ausgeschüttet für den nächsten Doppelhaushalt. Und unsere Vorstellung ist, wir verstetigen das. Das soll jetzt sozusagen dauerhaft im Haushalt drinne liegen, aber ich möchte es koppeln an die Entscheidung der Menschen vor Ort. Ja, finde ich gut. Aber ab welchen Einwohnerzahlen hast du gesagt? Also ab 1000 Einwohnern kommt jede Gemeinde und ich finde, das ist eine, damit ist wohl jede Gemeinde mitbekommen. Und gleichzeitig macht das ja jede Kommune auch für sich. Also in Görlitz, da wird irgendwie auch so ein brachliegendes Gelände, soll zu einem Park werden. Das heißt, vorher wurde gesagt, was wollt ihr in diesem Park haben? Also natürlich muss eine Stadt das auch erstmal erkennen, diese Kompetenz an die Bürger auch abzugeben. Denn das wiederum könnt ihr ja von Landesebene aus gar nicht entscheiden. Da gibt es, das ist ja dann wiederum der Föderalismus, da habt ihr gar kein Mitspracherecht. Das soll ja auch vor Ort entschieden werden. Richtig, aber ihr könnt der Stadt aber nicht vorschreiben, öffnet so ein Verfahren. Also das soll vor Ort entschieden werden. Ich möchte nur, dass wir, wenn wir im Haushalt dieses Geld verstetigen, dass wir genau daran die Bedingungen knüpfen, dass Menschen vor Ort darüber entscheiden, wie es verwendet wird. Ist das realistisch umzusetzen? Wir haben es doch jetzt schon vorgemacht, dass man jetzt entschieden hat, diese 70.000 Euro den Kommunen zu geben aus Pauschale. Zeigt doch, dass es möglich ist. Aber du meinst ja gerade, ihr wollt das noch festmachen an dem… Und wenn man jetzt entscheidet, das wird jetzt nicht nur für zwei Jahre bezahlt, sondern auch dann in den Jahren folgend, dann können wir doch auch die Bedingungen bestimmen. Und zwar nicht einschränkende Bedingungen. Wer ist denn wir? Macht das denn die SPD? Oder ist das tatsächlich eine Regierungskondition? Das muss Bestandteil einer Mehrheit im Parlament sein. Aber diese Mehrheit gibt es noch nicht. Nein, aber das ist die Forderung der SPD. Das ist das, was wir jetzt diskutiert haben, wie wir tatsächlich im Sinne von Macht teilen, Menschen befähigen wollen. Und das musst du konkret machen. Wir reden seit Jahren über Beteiligung. Wir reden seit Jahren über Absenkung von Quoren bei Volksentscheiden, was richtig ist. Ich bin auch der Meinung, wir müssen das Wahlalter senken und so weiter. Das sind zwei verschiedene Instrumente. Genau, das sind aber alles Dinge, die gehören in ein großes Paket. Aber wenn es wirklich darum geht, Macht zu teilen, muss man es auch an einer Stelle tun, wo es ansonsten nicht mehr wehtut, wenn es ums Geld geht. Ja, gerade in Kommunen. Und da es ja schon eine ziemlich erkleckliche Summe ist, 70.000 Euro, dann ist das eben nicht nur so ein bisschen Spielwiese, sondern dann kann man auch effektiv etwas machen. Ja, wir haben viele Themen heute angesprochen und man könnte an jedem Punkt weiter diskutieren. Leider neigt sich jetzt unsere Zeit dem Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses sehr inspirierende Gespräch. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer gewandt, uns interessiert natürlich, was ihr uns denn mitgeben wollt. Also, was ihr uns zu sagen habt, sagt es uns. Gibt es Themen, die euch interessieren, schreibt sie uns. Gebt uns Feedback und Rückmeldung auf podcast.spd-sachsen.de Macht's gut, Leute. Gebt uns Feedback und Rückmeldung auf!